Hi, wir sind Paul und Leon, die Gründer von Ferment und mit dir lassen wir Mikroben toben. Und was das heißt, das zeigen wir dir jetzt. Bei Ferment produzieren wir lebendige fermentierte Lebensmittel voller gesunder, tobender Mikroben. Und alles fürs Fermentieren zu Hause. Fermentation ist die Umwandlung von Lebensmitteln mit Hilfe von Mikroben. Dadurch werden die Lebensmittel nicht nur leckerer, bekömmlicher, sondern sie werden auch zu wahren Nährstoffbomben. Gestartet sind wir 2016 mit einem guten Bauchgefühl und dem ersten Raw Kombucha Deutschlands. Heute tummeln sich auf unserer lebendigen Produktpalette über 70 verschiedene Produkte. Vier Sorten leckere Raw Kombucha, lebendige Lebensmittel vom veganen Kimchi bis zum Miso-Pasto und alles zum Selbstfermentieren. Das Besondere bei Ferment, wir pasteurisieren unsere Produkte nicht. So bleiben die Nährstoffe und gesunden Mikroorganismen erhalten. Mit unseren Starter-Kits machst du deine Küche zur Kulturmetropole. Ganz einfach, auspacken, ansetzen, alles stehen und liegen lassen und fertig. Fermentation ist keine Raketenwissenschaft. Unsere Firmenphilosophie ist Fairplay. Fairness und Inklusion, ein modernes und nachhaltiges Unternehmertum sind für uns keine Utopie, sondern von Anfang an Ferment Alltag. Herzlich Willkommen in unserer inklusiven Kulturen- und Kombucha-Brauerei in Berlin-Pankow. Das hier ist das Herzstück von Ferment. Da die Manufaktur mittlerweile aus allen Nähten Platz, brauchen wir deine Unterstützung. In unserer Kulturen-Brauerei arbeiten wir gemeinsam mit den Delfinwerkstätten. Eine Einrichtung für Menschen mit und ohne Behinderungen. So vielfältig und bunt wie Berlin. Ein Ort, an dem ein inklusives Miteinander gelebt und gefördert wird. Mein Name ist Markus Kliem. Gemeinsam mit über 100 Mitarbeitenden arbeite ich hier in den Delfinwerkstätten in Buchholz. Gemeinsam mit Ferment vom ersten Tag an. Das Schönste ist, dass wir unheimlich viele tolle Arbeiten haben für all unsere Menschen. Immer wieder neue Kulturen, immer wieder neue Erfahrungen für uns alle. Das macht uns unheimlich glücklich und wir freuen uns auf die weiteren Jahre mit Ferment. Und da unsere alte Manufaktur schon längst aus allen Nähten Platz, investieren wir jetzt in den Ausbau einer neuen Kulturen-Brauerei. Das bedeutet, wir schaffen Gärbottiche an, Lagertanks und eine leistungsfähigere Abfüllanlage. Vor allem aber investieren wir in noch mehr Barrierefreiheit für unsere Kollegen. Für die Unterstützenden haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Nicht nur eine Menge lebendiger Goodies, sondern wir werden dich an der Wand unserer neuen inklusiven Kulturen-Brauerei verewigen. Mit deinem Funding unterstützt du lebendige und nachhaltige Produkte, ein Team, was sich für gesunde Ernährung einsetzt und gelebte Inklusion und Arbeit Hand in Hand. Werde Teil der Familie, hilf uns dabei unsere inklusive Kulturen-Brauerei aufzubauen und lass mich hoben toben.